Cool Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in unserem Studio oben. Und ihr denkt, wir machen was dann? Nein, wir machen selbstgemacht Schleim. Oder wir mixen halt Schleim. Nein, wir mixen keinen Schleim. Wir machen heute intelligente Knete. Und zwar das Crazy Arons Putty World. Das Teil hier haben wir uns gekauft. Ich weiß, es gibt viele Videos davon, aber Milley wollte es unbedingt haben. Dann haben wir gedacht, dann lasse ich sie mal vor der Kamera machen. Ihr wisst bestimmt... Guckt mal, die Schleim an. Oder die es nicht wissen, da gibt es diese kleinen Dosen. Da ist die Grundknete drin, der Farblose. Und dann gibt es verschiedene Farben dazu. Und dann gibt es noch diese Spezialeffekte. Zum Beispiel den hier, den glitzernden. Oder diesen Sommereis. Oder diesen glänzenden. Da kann man Experimente machen. Da kann man auch verschiedene Farben zusammenmischen. Da kommt wieder eine andere Farbe raus. Da ist so eine Unterlage dabei. Da kann man den Experiment... Also die Farben mischen. Da kann man die Spezialeffekte... Und da tut man am Schluss dann die Dosen hier beschriften oder bemalen, dass man weiß, was man gemacht hat. Milet spinnt schon wieder. So, ich gehe schon mal in die Aufnahme. Und dann könnt ihr mitschauen, wie wir das experimentieren. Hier haben wir das Farblose hier. Ich nehme blau heute. Milet rot. Wir müssen ja nicht alles rausnehmen, weil wir wollen noch weitere Experimente machen. So. Willst du jetzt aufgehen hier? Ich nehme mal ein bisschen. Mama, komm nicht klar. Ich nehme mal so ein Stückchen raus. Warum so viel? Nicht so viel, mal so. Weil ich möchte noch weitere Experimente machen mit der Knüte. So. Ha. Cool. Zwei. Cool. So, wow. Die Farbe ist vielleicht ganz schön nett konzentriert. Muss ich sagen, da reicht auch ein kleines, mini Stückchen. Boah, der ist richtig dunkel geworden. Ha. Schaut sie mal. Und da eins, Milet? Zeig's mal. Also, mein sieht so aus. So richtig rot. Halt. Pink. Boah, richtig. Und jetzt tauschen wir mal. Warte, es ist richtig durchsichtig, durchsichtig, sieht man das? Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Mele, die knistert auch, ein bisschen, die Knete, oder Mele, was machst du gerade? Kneten, okay, ist immer wichtig. Die ist richtig weich, naja, also, man kann viele Experimente damit machen, das werden wir auch noch machen in den weiteren Folgen, ui, das geht, es knistert, es knistert, genau. So, und jetzt, Mele, nehmen wir die Dosen, diese Dosen hier, die kann man bemalen, beschriften und schreiben, was man da gemacht hat, dass man auch findet, was man da drin lagert. Guck hier. Genau, so, ich hab blau, Mele, darfst du deine eigene Dose beschriften, was du machen willst, ich weiß schon, was ich mache, ich weiß schon, was ich mache, das ist die Dekorationstone eigentlich hier, ich brauche die da hier, okay, und ich brauche blau, was machst du, ich ich mache erstmal den Augen zu tun, so, dann tun wir unsere Knete da rein, die knistert richtig bei mir, klick, 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 ich tue jetzt meine Knete in die Dose rein, ach, so, das ist deine, wir müssen wieder tauschen, ja, meine war blau, wo ist meine Dose, da, das ist meine, okay, so, da tun wir jetzt das Ganze rein, und dann trocknet der auch nicht aus, so, fertig, das hier ist meins, wo ist deins, das ist meins, das ist meins, das ist so, ihr Lieben, intelligente Gläte kann man ja auch fertig kaufen, in Dosen und so weiter, aber wir finden diesen Set auch natürlich super, weil man selber verschiedene Farben mixen kann, experimentieren kann, und dann kommen verschiedene Farben und was weiß ich raus, man kann es sogar weiß lassen, genau, Glitzer und was weiß ich, da hat man natürlich länger Spaß daran, oder gelb, oder so hellgrün, sehr hellgrün, wir werden noch paar weitere Videos davon machen, dann werden wir noch paar andere Farben mischen, experimentieren, ja, gibt es bei Amazon, habe ich gekauft, falls Fragen wieder auftauchen, also ihr Lieben, das war es von uns, mal wieder, Mila ordnet hier schon mal, ja, genau, also bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, tschüss, tschüss, ich, ist das, oh, ist deiner, meiner, 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 meiner. Bis dahin.